Nachdenkseiten Die kritische Website Im Netz der Intrigen Eine dramaturgische Sicht auf die Nordstream-Geschichte Von Maike Gosch Das Thema der Nordstream-Sprengung wird in diesen Tagen wieder prominent in den Medien und in der Bevölkerung diskutiert. Wie können wir hier einer Lösung näher kommen und welche erzählerischen Strukturen und Aspekte spielen dabei eine Rolle? Vorab eine Anmerkung zum Thema Propaganda, da dieser Begriff ja eine große Rolle bei diesem Thema und in den Debatten, die sich darum ranken, spielt und der oft gegenseitige Vorwurf erhoben wird, hier auf russische Propaganda oder eben NATO-Propaganda hereinzufallen oder als solche zu verbreiten. Was ist eigentlich Propaganda und wie grenzt sie sich von einer Meinung ab? Propaganda kann man definieren als die gezielte Verbreitung von Inhalten zur Beeinflussung und Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung. Propaganda liegt also dann vor, wenn bestimmte Inhalte, die nicht der Wahrheit entsprechen oder diese verzerren, zentral von einem mächtigen Akteur geplant und in der Bevölkerung verbreitet werden. Ich glaube, wir können wesentlich konstruktivere Debatten führen, wenn wir den Vorwurf der Propaganda oder des Propagandaverbreitens oder des darauf Hereinfallens so weit wie möglich in der Diskussion weglassen, auch wenn es schwerfällt und dieses Thema natürlich von extrem viel Propaganda begleitet wird. Eines der Probleme des Diskurses über dieses Thema, das ja für unser Land und nicht nur für unseres von großer Relevanz ist, ist, dass die Beteiligten von sehr verschiedenen Prämissen und Narrativen ausgehen und es daher schwer ist, zueinander zu kommen oder auch nur voranzukommen. Das macht es sehr schwierig, die Wahrheit über die Vorgänge bei Nord Stream, aber auch über die Bedeutung der Pipelines und die Motive aller möglicherweise Beteiligten herauszufinden. Wir leben zunehmend in abgeschotteten Realitätsblasen, was diese Themenbereiche angeht. Dieser Artikel wird sicher auch nicht dazu beitragen, diese aufzulösen, auch wenn ich mir das wünschen würde. Geschichten über die Pipelines Ein großer Dissens besteht schon darüber, ob die Nord Stream Pipelines etwas Positives oder Negatives für Deutschland bedeuten bzw. bedeuteten. Die US-amerikanische, von den eher transatlantisch ausgerichteten Eliten in Deutschland auf EU-Ebene und natürlich auch von großen Teilen der Bevölkerung vertretene Interpretation der Situation besagt, dass Russland seine Position als fast Monopol-Lieferant von billigem Gas nach Europa missbraucht hat, um die Länder und Regierungen mit der Drohung, die Energieversorgung zu drosseln oder zurückzuhalten, bei der Stange zu halten. Seit Jahren, schon weit vor 2014, wird behauptet, dass es das Ziel der USA sei, Europa und insbesondere Deutschland aus dieser ungesunden und gefährlichen Abhängigkeit zu befreien. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs kam noch der zusätzliche Aspekt hinzu, dass die Pipelines deshalb negativ gesehen wurden, da sie einerseits die Einnahmen Russlands über die Einnahmen aus den Gasverkäufen erhöhen würden und andererseits ein mögliches Druckmittel darstellten, in dem die Empfängerländer des russischen Gases direkt aus Russland möglicherweise mit der Drohung, der Drosselung oder Einstellung der Lieferung unter Druck gesetzt werden könnten, zum Beispiel die Sanktionen zu lockern oder Waffendieferungen in die Ukraine zu beschränken. Ich werde jetzt hier gar nicht in den Faktencheck einsteigen und zu den einzelnen Punkten inhaltlich etwas sagen, sondern möchte nur die Erzählungen gegenüberstellen. Auf der einen Seite war und ist das Narrativ Russlands, Weißrusslands, Ungarns, vieler auch westlicher geopolitischer Analysten und überwiegend der alternativen Medien in Deutschland und eines großen Teils der Bevölkerung in Deutschland folgendes. Die Nord Stream Pipelines sorgen für eine günstige und sichere Energieversorgung und können auch als Friedensprojekt zwischen Russland und Deutschland sowie dem Rest Westeuropas betrachtet werden. Die Möglichkeit, das Erdgas direkt zu empfangen, ohne über Transitländer wie die Ukraine und Polen zu gehen, erspart den Endverbrauchern hohe Kosten, da die Transitgebühren entfallen und außerdem befreit es sowohl Deutschland als auch Russland von der Gefahr, dass die Transitländer das Gas für sich abzweigen, die Gasmenge drosseln oder die Durchleitung ganz stoppen, um wiederum politischen Druck auszuüben. Außerdem sehen insbesondere die Vertreter dieser Haltung in Deutschland den Schwenk zu US-amerikanischen LNG, Liquid Natural Gas, als Gefahr in zweierlei Hinsicht. Einmal in ökonomischer, da dieses Gas sehr viel teurer ist und damit die hiesige Wirtschaft extrem belastet und zu Abwanderung von Industrien, Entlassungen und Insolvenzen führt. Andererseits sehen sie darin die Gefahr einer erhöhten Abhängigkeit von den USA, die ja ebenso wie Russland nunmehr die Möglichkeit haben, über die Lieferung oder Nichtlieferung Druck auf Deutschland auszuüben. Jetzt ließen sich alle diese Fragen trefflich, sachlich und fundiert diskutieren. Das gerade passiert leider viel zu selten, sondern die Vertreter dieser zwei Ansichten sind voneinander immer weiter isoliert. Eine wichtige, darunterliegende Erzählung ist natürlich die Frage, ob Russland als böser, guter oder neutraler Akteur agiert. Je nachdem, welcher Version man hier anhängt, hat dies Auswirkungen auf die Einschätzungen der oben erwähnten Fragen, Pipelines gut oder schlecht. Der Nord Stream Krimi Aber zurück zu den Anschlägen. Wenn man die ganzen Ereignisse und die Berichterstattung darüber, wie einen Krimi betrachtet, kann man einige typische erzählerische Krimielemente erkennen. Betrachten kann man die Geschichte zunächst als einen klassischen Whodunit, also als einen Krimi mit einem Verbrechen, einer Vorgeschichte, mehreren Verdächtigen, Motiven, Aufdeckung, Verdrängung und vielen falschen Fährten, die zur Ablenkung gelegt wurden oder der Ablenkung dienen und mit dem Ziel, den Täter zu finden. Die ersten Vermutungen richteten sich gegen die USA, da es ja eine Vorgeschichte von fast 20 Jahren gab, in der sie mit allen nichtmilitärischen Mitteln zunächst gegen den Bau und dann gegen die Zertifizierung der Pipelines gekämpft hatten. Hier Motiv sowie Gelegenheit sehr viel stärker vorlagen und es sogar eine Ankündigung durch Präsident Biden gegeben hatte, der Pipeline ein Ende zu setzen, sollte Russland die Ukraine angreifen. Wir erinnern uns alle. Kurz nach der Tat wurden aber auch erste Spekulationen und Vermutungen laut, in denen Russland der Tat beschuldigt wurde. Diese erschienen anderen relativ schnell in vielen Punkten, unter anderem Motiv, aber auch Gelegenheit. Die Gewässer werden ja fast lückenlos von der NATO überwacht, unplausibel. Vielleicht der stärkste Hinweis dafür, dass es Russland eher nicht gewesen sein könnte, wurde in der unglaublichen Geheimhaltung gesehen, von der die westlichen Ermittlungen, zunächst die von Dänemark und Schweden, aber auch die Deutschen umgeben sind. Sollten diese irgendwelche Hinweise in Richtung einer Täterschaft Russlands ergeben haben, könnte man im gegenwärtigen geopolitischen Klima sehr stark davon ausgehen, dass diese sehr schnell und umfangreich an die Öffentlichkeit gelangt wären, so die Argumentation der Skeptiker einer Täterschaft Russlands. Dann folgen die explosiven Artikel von Samer Hirsch, in der er die USA beschuldigte, die Anschläge geplant und durchgeführt zu haben und sich auf eine anonyme Quelle berief. Allen, die eine Täterschaft der USA für die plausibelste Lösung hielten, schien dies den Beweis für ihre These zu liefern. Kurz nach den Veröffentlichungen Hirsch und den Reaktionen darauf, erschien in einer konzentrierten Presseaktion die Andromeda-Jachtgeschichte auf der Bildfläche, nach der nichtstaatliche Ukrainer in einer Art ehrenamtlicher Kriegsführung den Terroranschlag übernommen hätten, ohne dass die Geheimdienste, das Militär oder die Politik des Landes, weder die ukrainischen noch die westlichen Geheimdienste, die dort sehr stark präsent sind, davon etwas mitbekommen haben sollten. Obwohl diese ganze Geschichte eher unplausibel klang und auch an ein schlechtes Drehbuch für einen Hollywood-Thriller erinnerte, dominierte sie monatelang die Presselandschaft und der gesamte investigative und kreative Furor der Journalisten der etablierten Medien warf sich auf sie. Es wurden Reportagen gedreht, an die Häfen gefahren, die Verwandten der angeblichen Segner und Taucher ausfindig gemacht und so weiter. Man wünschte sich ein ähnliches investigatives Engagement zur Untersuchung einer möglichen Täterschaft westlicher Staaten, deren Militärs und ihre Geheimdienste, »Aber das war wohl sowohl zu schwierig als auch nicht opportun, sodass es weitgehend unterblieb.« Was war der kommunikative Effekt dieser neuen Geschichte? Die Aufmerksamkeit wurde erfolgreich weggelenkt von der Recherche und Ermittlung gegen militärische und staatliche Akteure. Diese fand umso engagierter auf Blogs und in den alternativen Medien statt und das Interesse für die Enthüllungen, Behauptungen Samuel Hearst nahm ab. Durch die Omnipräsenz dieser neuen Version hielten ein Großteil der etablierten Medien und damit auch ihrer Leserschaft, also all die Menschen, die keine Zeit hatten, sich auf privaten und anonymen Militärblocks die Nächte um die Ohren zu schlagen, jetzt die Geschichte von der Täterschaft einer privaten Truppe auf einer Segeljacht für die wahrscheinlichste. Kein Krimi, sondern ein Thriller? Viele Menschen, insbesondere außerhalb Deutschlands, sehen den Fall der Nord Stream-Sprengung dagegen längst nicht als geklärt an und sind sich sicher, dass der Täter die USA waren. Eventuell unter Mithilfe der Ukraine, Großbritanniens oder eventuell anderer westlicher Verbündeter. Aus ihrer Sicht ist die Geschichte daher auch kein Whodunit mehr, für sie ist es eher ein Thriller. Die Spannung bestand für sie vielmehr darin, wann sozusagen die tickende Bombe explodiert, das heißt, wann die exklusive Wirkung der Täterschaft sich endlich auf die geopolitische Landschaft auswirken würde. Denn in ihren Augen steht hier die gesamte westliche Weltordnung der Nachkriegszeit auf dem Spiel, ebenso wie der Bestand der deutsch-angloamerikanischen Beziehungen und das Narrativ vom wohlwollenden angloamerikanischen Imperium. Wenn das, was sie für die Wahrheit halten, endlich ans Licht käme, müssten ihrer Ansicht nach alle Erzählungen, die USA, Großbritannien seien Verbündete Deutschlands und anderer europäischer Länder, in die Brüche gehen, beziehungsweise sie vermuten, dass die Regierung in Deutschland sogar weiß, dass ihr Bündnispartner ihre Infrastruktur gesprengt hat und wundern sich über die Passivität und Unterwürfigkeit, sich dagegen nicht aufzulehnen. Gespannt wartete die Welt und auch viele Menschen in Deutschland darauf, dass dies endlich öffentlich würde und eine entsprechende Reaktion Deutschlands erfolge. Die Vermutungen, Hinweise und Aussagen, die mit den jüngsten Berichterstattungen bekannt wurden, haben aber nicht zu der Wirkung geführt, die man vielleicht erwartet hätte. Denn anders als oben vermutet, brach damit die Erzählung einer westlichen Wertegemeinschaft mit der Ukraine nicht zusammen, sondern wurde eine sportliche erzählerische Wendung vollzogen, die folgendermaßen lautet. Selbst wenn unsere Verbündeten unsere Energieinfrastruktur gesprengt haben sollten, ist das etwas Gutes. Huch, sagt man sich da vielleicht, jetzt komme ich nicht mehr mit. Dabei ist es gar nicht so schwer, wenn auch recht dreist. Die Schritte sind folgendermaßen. Im Rahmen der oben erwähnten Erzählung waren die Pipelines eine Art Fessel oder Handschelle an das despotische Russland und den kriegsverbrecherischen Putin. Wie ein Drogenabhängiger war Deutschland nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft aus dieser schädlichen Abhängigkeit zu lösen. Die Sprengung erlöste das zu schwache Deutschland hiervon, wie bei einer Intervention von Freunden und Familienmitgliedern, und tat uns also eigentlich einen Gefallen. Vielleicht ist auch dies das Ergebnis einer klugen Kommunikationsstrategie, wenn man einmal annimmt, dass es einen strategischen Plan im Hintergrund gibt und jemand die Informationsfreigabe steuert. Indem man sich nur scheibchenweise der Erkenntnis nähert und jeweils bei jedem Schritt eine Anpassung und Verschiebung des Narrativs vornimmt, kann man bei dem nötigen Anteil der Bevölkerung Zustimmung oder zumindest eine Duldung für eigentlich ungeheuerliche Erkenntnisse erreichen. Die Schritte waren die folgenden. Zunächst Russland war es. Dann unabhängige Privatleute in der Ukraine waren es. Im dritten Schritt, es waren Ukraine aber unter dem Kommando des Militärs, aber noch nicht abgesegnet von der Regierung. Die nächsten Schritte wären dann, Zelensky wusste es. Dann die USA und wer auch immer noch wussten davon, waren aber passiv. Dann sie haben mitgeholfen und so weiter. Das Häuten der Zwiebel Aber selbst die ganze Debatte um die Aufklärung des an einen James-Bond-Film erinnernden Nord Stream-Krimis oder Thrillers mit all seinen militärischen und technischen Details lenkt vielleicht die Aufmerksamkeit zu stark weg von dem darunterliegenden Interessenfeld. Es geht beim Erzählen und insbesondere beim Erzählen eines Krimis sehr stark darum, die Sympathievergabe zu lenken. Am besten hin zum wirklichen Täter und weg von den falschen Pferden, damit der Leser möglichst lange nicht auf die Lösung kommt. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist die Lenkung der Aufmerksamkeit hin zu den irrelevanten Aspekten und weg von den entscheidenden Informationen und Analysen. Wie oben gesehen, könnte die umfangreich und detailliert erzählte Yachtgeschichte dazu dienen, die Aufmerksamkeit von einer ganz anderen Aktion abzudenken, in der professionelle militärische Akteure zum Beispiel mit Hilfe von Kriegsschiffen oder U-Booten die Sprengladungen gelegt haben. Und vielleicht ist sogar der Krieg mit all seiner Schrecklichkeit und Gewalt gar nicht die Hauptgeschichte, sondern verdeckt durch seine Tragik, Dynamik und Gewalt auch nur die darunterliegende Struktur der wirtschaftlichen und finanziellen Interessen sowie das geopolitische Tauziehen um Energiemärkte und Infrastruktur. Von einigen geopolitischen Analysten wird die These vertreten, dass die Nordstream-Sprengung und sogar der Krieg in der Ukraine sowie der vorangegangene Machtwechsel 2014 nur der Verdrängung Russlands als Gas- und Öllieferant und der Übernahme des europäischen Energiemarktes durch US-amerikanische und britische Unternehmen sowie Investoren dienten. Das heißt, die These ist, das Ende der Rolle Russlands als Hauptenergieversorger für Deutschland und Europa ist nicht die Folge des Ukraine-Krieges, sondern seine Ursache. Oder mit anderen Worten, it's the energy market stupid. Siehe hierzu diese Anmerkungen von Florian Warbeweg auf den Nachdenkseiten im Jahr 2023. Zitat Erst die Sprengung der Nordstream-Pipelines hat letzten Endes den Weg freigemacht, um die EU und insbesondere Deutschland langfristig zu Abnehmern der US-amerikanischen Erdgasüberschüsse zu machen und den Preis auch langfristig auf einem für US-Fracking-Gasproduzenten profitablen Niveau zu halten. Die damit verbundene neue Erdgasabhängigkeit ihres EU-Partners passt den US-Amerikanern fraglos ebenfalls ins globalstrategische Dominanzkonzept. Nach einer Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln, EWI, werden die USA demnächst nicht nur Russland als wichtigsten Energielieferanten ablösen, sondern nehmen dann für den EU-Gasmarkt mit einem antizipierten Importvolumen von rund 40 Prozent dieselbe dominante Rolle ein wie Russland vor dem Ukraine-Krieg. Zitat Ende Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein verlinkter Artikel des geopolitischen Analysten Ben Norton, ebenfalls aus dem Jahr 2023. Zitat US-Konzerne für fossile Brennstoffe wie ExxonMobil, Chevron, und Halliburton beteiligen sich an Gesprächen über die Übernahme der Öl- und Gasindustrie des osteuropäischen Landes, da Kiew darauf drängt, die Produktion zu steigern, um die russischen Energieexporte zu ersetzen. Zitat Ende Noch konkreter wird der ehemalige hochrangige Mitarbeiter im US-Außenministerium unter Donald Trump Mike Pence im Interview hier. Zitat In der Ukraine gab es einen großen ukrainischen Energieplan von Unternehmen und Finanzakteuren auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA. Das Verteidigungsministerium hat also ein Interesse daran, Russland in den Bankrott zu treiben und das Außenministerium hat ein Interesse daran, Russland in den Bankrott zu treiben und das gesamte Energiegeschäft an sich zu reißen und ihn im Wesentlichen als unerwarteten Gewinn an US- oder NATO-Unternehmen zu transferieren. Zitat Ende So könnte man die Geschichte natürlich auch betrachten. Ich habe generell den Eindruck, dass diese Realitäten und kühlen wirtschaftlichen Interessen oft von Geschichten des Kulturkampfes, offene Gesellschaft versus traditionelle Familien, Mann-Fraubilder und politischen Geschichten, Demokratie versus Autokratien verdeckt werden, um die Öffentlichkeit mit emotionalen Diskussionen zu beschäftigen und sie davon abzudenken, was wirklich vor sich geht. Ein rücksichtsloses Schachspiel um Geld, Macht und vor allem um Ressourcen sowie deren Kontrolle. Eine dramaturgische Sicht auf die Dinge ermöglicht jedenfalls eine gewisse Flexibilität in der Betrachtung und die Lösung eines Krimis kann manchmal erst erfolgen, wenn man die Dinge aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Aus Zollenaussagen im derzeit laufenden Untersuchungsausschuss, am Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung geht hervor, dass Mitarbeiter von US-Geheimdiensten direkt in Mecklenburg-Vorpommern agiert hatten, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 zu verhindern. Die US-Geheimdiensten Mitarbeiter seien laut dem Obmann der SPD-Fraktion Thomas Krüger unter anderem in der Genehmigungsbehörde für die Erdgasleitung, das ist das Bergamt Stralsund, ein- und ausgegangen und hat einen entsprechenden Druck ausgeübt. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung diese nun belegte Einflussnahme des US-Geheimdienstes in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik namentlich die Planung der Energieinfrastruktur. Also ich mache mir Ihre Äußerungen ausdrücklich hier nicht zu eigen und verweise darauf, dass ja die Ermittlungen zu Nord Stream geführt werden von der zuständigen Bundesanwaltschaft und an die sind auch bitte Fragen zu richten. Das war jetzt komplett am Thema vorbei. Wir sprechen hier von der Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess von Nord Stream 2. Das habe ich glaube ich auch so deutlich gemacht und ich will bitte, das hat null mit dem Bundesanwalt oder Generalbundesanwalt zu tun. Es geht darum, dass bevor in Betriebnahme jetzt dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist, dass Agenten von diversen US-Agenten Geheimdiensten Einfluss genommen haben auf den Genehmigungsprozess. Aber Sie beziehen sich hier auf Presseberichte, die ich nicht kommentiere. Aber es sind keine Presseberichte, das ist der Parlamentarische Untersuchungsausschuss und da würde ich zumindest gerne wissen, wenn nicht vom BPA, dann vom Auswärtigen Amt, ob diese Art der Einflussnahme durch den ausländischen Geheimdienst als Einmischung die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet wird. Also ich habe dem, was die stellvertretende Regierungssprecherin eben gesagt hat, nicht viel hinzuzufügen, aber Herr Warwick, allein sozusagen, wenn ich mir Ihre Frage anhöre und mich noch mal daran erinnere, wie damals die Debatte um Nord Stream war, glaube ich, gab es kein Geheimnis darum, wie die US-Regierung zu diesem Projekt stand. A und B ist das Projekt ja realisiert worden. Insofern verstehe ich nicht ganz die Stoßrichtung Ihrer Frage und was Sie damit implizieren. Weitere Fragen, Herr Warwick noch mal? Ja, also ob das jetzt genehmigt wurde oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist. Herr Warwick, ich werde es nicht müde, immer wieder zu sagen. Es ist schwierig, wenn wir hier in Diskussionen verfallen. Da würde ich bitten, so etwas bilateral zu machen. Das ist ja keine Diskussion. Ich würde gerne eine Frage stellen, ja, aber es fing jetzt eher wieder wie eine längere Ausführung an. Also stellen Sie gerne eine Frage. Ja, weil ich hier eine Unterstellung habe, die ich, aber egal, die wird von der anderen Seite auch getätigt. Da darf man ja adäquat darauf antworten, denke ich. Aber um das noch mal klar zu machen, die ist jetzt herausgekommene Einflussnahme, versuchte Einflussnahme von US-Agenten auf den Genehmigungsprozess wird von der Bundesregierung nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik gewertet. Ich kenne, sozusagen, ich weiß nicht, auf was Sie sich beziehen. Ich kenne diese, ich kenne diese Berichte nicht und ich kenne diese Aussagen nicht. Insofern fällt es mir schwer, die hier zu kommentieren. Aber ich sage Ihnen noch mal, ich glaube, die Haltung der US-Regierung zu dem Projekt damals ist in meiner Erinnerung jedenfalls sehr klar gewesen. Und deshalb sehe ich da jetzt auch keine Einmischung. Und das rechtfertigt den Einsatz von Geheimdienstmitarbeitern? Das ist ja Ihre Unterstellung, Herr Warwick. Dazu kann ich sagen. Herr Warwick, Herr Warwick, Herr Warwick, ich beende jetzt tatsächlich die Diskussion, weil offensichtlich, also es scheint, ein Missverständnis zu geben zwischen Sie wollen was wissen und wo etwas nicht bekannt ist. Ich glaube, das führt an der Stelle jetzt nicht weiter. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. und die Nachdenkse eine positive Bewertung und die Nachdenkse Vielen Dank.